In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Domain von 1&1 IONOS mit Office 365 in wenigen Schritten verbindest. Für dieses Video habe ich mir eine Domain bei IONOS gekauft. Wir klicken bei IONOS auf Domain und gehen dann hier unten bei unserer Domain ITECH.BG hinten bei den drei Punkten auf den Punkt DNS. Das ist es, wo wir hinwollen. Es kann sein, dass bei euch schon mehrere Records hier stehen, wie zum Beispiel auch ein anderer CNAME oder ein MX Rekord. Das ist gar nicht schlimm, wir lassen erstmal alles so wie es ist. Im nächsten Schritt gehen wir auf die Office 365 Oberfläche. Wenn ihr euch bei Office anmeldet, portal.office.com landet ihr hier. Wenn ihr euch nun mit einem Admin-Konto angemeldet habt, gibt es links den Punkt Admin. Wir klicken hier drauf. In diesem Menü klicken wir nun auf alle Anzeigen, dann auf Einstellungen und dann auf den Punkt Domänen. Ich habe hier schon ein paar hinterlegt. Das ist gar nicht schlimm. Wir können nun einfach eine neue hinzufügen. Wir klicken also auf Domäne hinzufügen. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Domäne eingeben. Unsere heißt itech.bg.de. Wir prüfen das Ganze nochmal. Jawohl, itech.bg.de. Wir klicken auf diese Domäne verwenden. Wenn ihr das Ganze auch über 1&1 IONOS macht, könnt ihr das Ganze einfach automatisch verbinden lassen. Wir machen das nun einmal. Wir klicken auf Überprüfen. Nun wird nachgefragt, ob wir Microsoft den Zugriff gewähren sollen. Wir klicken auf Erlauben. In dem vergangenen Schritt haben wir nun bestätigt, dass wir der Besitzer der Domäne sind. Nun müssen wir noch drei verschiedene DNS-Einträge setzen. Auch dies ist automatisch möglich, da wir bei 1&1 IONOS sind. Wir klicken also wieder auf Weiter. Wir sehen nun, welche drei DNS-Einträge gesetzt werden. Das ist einmal der MX, das ist einmal der TXT und einmal der CNAME-Eintrag. Man könnte unter Erweiterte Optionen auch Skype for Business-Einträge setzen. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen auch keine Intune und mobile Geräteverwaltung. Wir klicken also auf DNS-Einträge hinzufügen. Nochmals Erlauben. Domäneinrichtung abgeschlossen. Wir klicken auf Fertig. Und sehen nun, die itech-pg.de ist fehlerfrei. Und somit können wir nun Nutzer anlegen, die die itech-pg als Domäne hinterlegt haben. Wie zum Beispiel info at itech-pg oder Ähnliches. So einfach verbindet man eine Domain von 1&1 IONOS mit Microsoft Office 365. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir damit helfen. Ich freue mich wie immer über ein Abo und ein Like.